Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Tutorial von der Sky zur Unreal Engine 4 und heute geht es darum, Materials zu erstellen, also sprich irgendwie Texturen in das Spiel reinzubekommen und damit werden wir auch direkt durchstarten, denn wir werden auch direkt 3D-Materials erstellen, die optional zu machen sind. Erstmal würde ich euch raten, und dazu ist der Link in der Beschreibung unten, auf die Webseite textures.com zu gehen, da könnt ihr haufenweise kostenlose Texturen runterladen und das Ganze, was ihr machen müsst, ist, ihr erstellt euch irgendeinen Account auf der Webseite und habt ihr insgesamt pro Tag 15 Credits. Ist nicht viel, aber damit kann man schon was anfangen. Also gehe ich jetzt hier auf die 3D-Scanned Materials, als Beispiel. Ihr könnt auswählen, was ihr wollt, hier oben ist auch ein Suchfeld, und ich suche mir jetzt mal irgendwas Cooles raus, wie beispielsweise eine Felswand. Jetzt haben wir hier zum Beispiel eine coole Felswand, haben wir hier noch irgendwas anderes Geniales. Ich würde mal sagen, ich nehme jetzt einfach mal irgendeine Felswand. Das bedeutet, ich nehme jetzt einfach mal hier diese Cave Rock, diese Textur hier, die gefällt mir, klickt da drauf und wir sehen schon, wie das Ganze in 3D aussehen könnte. Also das haben wir gerade eben schon gesehen bei diesem 3D-Objekt, was die uns da angezeigt haben. So, was wir jetzt machen ist, wir klicken hier, hier sehen wir es auch nochmal, wir klicken jetzt hier erstmal auf Medium, weil das ist das Einzige, was wir als kostenlosen Account machen können, aber 1024 ist absolut in Ordnung. Dann klicken wir auf das Download-Symbol und ihr tut euch alle Texturen hier runterladen, das heißt, alle fünf. Die hier unten sind unwichtig, aber die da, die da, die da, die da und die da. Aber um zu kurz zu erklären, was das Ganze macht. Wir haben eine Diffuse Map, also das heißt auch Albedo Map, aber andersrum heißt es auch Diffuse Map, kann man beides nennen. Das ist unsere Farb Map, also das gibt uns die Farbe für unsere Textur. Die Height Map hier, die gibt uns im Prinzip die Eigenschaft, dass die Textur nicht nur 2D ist, sondern wirklich so aussieht, als wäre es eine 3D-Textur. Das heißt, dass es wirklich eine Steinwand ist. Die Normal Map gibt uns so kleine Features, die es auch 3D-mäßiger macht. Die Ambient and Collision Map, die gibt im Ganzen so eine Art, ja, wie soll man sagen, Umgebungs-Reflektionstextur. Da bin ich mir jetzt aber auch nicht hundertprozentig sicher. Dann haben wir die Roofness Map, das ist im Prinzip schon das, was es im Englischen heißt. Die Roofness, das heißt, wie im Prinzip auch die Oberfläche ist, wie das die physikalische Eigenschaft davon ist. Also die, die, ähm, ja, Roofness eben. Sorry, ich weiß jetzt gar nicht, wie es anders erklären soll, aber ihr werdet es gleich sehen. Ihr ladet euch das alles runter und ihr seht jetzt schon, dass das hier ein TIFF-Format ist. Die Unreal Engine unterstützt aber kein TIFF-Format. Das ist aber überhaupt kein Thema. Ihr könnt ganz einfach in Paint dieses TIFF-Format öffnen. Also hier haben wir jetzt .tiff. Und geht dann einfach hier auf Save As. Und dann geht ihr auf PNG und speichert das Ganze auf eurem Desktop als PNG. Das geht auch in Photoshop, also nur so nebenbei. Das habe ich jetzt schon gemacht. Und dann gehen wir hier auf den Content Browser, wenn ihr soweit seid. Und jetzt gehen wir hier, im Prinzip maximieren das Ganze. Und gehen mal hier unter Content, machen uns einen neuen Ordner mit Rechtsklick und sagen jetzt, ähm, Custom Materials. Aber warte, das geht gar nicht so. Custom-Materials. So, wir gehen in den Ordner rein. Und jetzt haben wir hier oben links einen Knopf, der heißt Import. Da klicken wir drauf. Wir gehen dann auf mein Desktop. Und jetzt habe ich hier das unter Cave, Rock, Unterstrich und dann so weiter genannt. Hier habe ich die Albedo-Textur, die Farb-Textur, die Ambient-Occulation-Textur, die Height-Map, die Normal-Map und die Roofness-Textur. Wir klicken auf Open und der importiert das Ganze jetzt. Wenn der bei der Normal-Map ist, dann wird er gleich sagen, hey, wir haben die unterstrichen Norm-Map als Normal-Map importiert, weil wir das als Normal-Map festgestellt haben. Die hat übrigens so eine Farbe hier. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden jetzt hier ein Material erstellen. Rechtsklick in den Ordner, Material und nennen das Ganze jetzt Cave Rock. Wenn ich es richtig schreibe. Cave Rock. So, jetzt klicken wir hier drauf. Und das ist jetzt unser Material. Ihr seht schon auf der linken Seite, dass im Prinzip noch überhaupt nichts passiert ist bei unserem Material, dass es einfach nur schwarz ist und dass hier im Prinzip alles leer ist. Jetzt werden wir folgendes machen. Wir werden das kurz mal hier zur Seite schieben, unseren Content-Browser öffnen und dann jegliche Texturen hier markieren. Und die ziehen wir jetzt einfach alle mal hier rein. Und jetzt sehen wir, dass wir so einen riesigen Haufen von unseren ganzen Texturen, die wir gerade eben konvertiert haben und runtergeladen haben, hier drin haben. Die werden wir jetzt erstmal auseinanderschieben. So, das hier ist unsere Albedo-Textur, beziehungsweise die Fuse-Textur. Die schieben wir jetzt hier hin und wir verbinden das weiße Castanier oder den weißen Kreis mit Base Color, weil das hier unsere Base Color ist, also sprich unsere Grundtextur. Dann haben wir hier unsere Ambient-Oculition-Textur und die können wir jetzt mit Rot oder mit Grün, da bin ich mir jetzt gerade selber nicht so sicher, ich mach mal mit Rot, hier mit verbinden. Aber Ambient-Oculition ist für uns erstmal völlig unwichtig. Hier haben wir unsere Roofness-Textur. Unsere Roofness-Textur tun wir mit Roofness auch hier verbinden. Jetzt haben wir unsere Normal-Map. Die Normal-Map ist auch eine wichtige Map, wie gesagt, das gibt im Ganzen einen 3D-Effekt. Guckt mal ganz genau jetzt auf das Material hier oben drauf, auf dem Kreis, oder beziehungsweise auf die Kugel. Und wenn ich das jetzt mit Normal verbinde, dann sehen wir gleich, schöne 3D-Op, also hier, dass es schon 3D-mäßiger ist. Seht ihr das? Wie es hier oben links jetzt schon 3D-mäßiger ist, wenn ich das bewege? So, jetzt haben wir noch die Möglichkeit der Height-Map. Das ist absolut optional. Das muss auch keiner machen. Ich werde das jetzt mal hier rausnehmen, die Roofness-Map, weil die mir zu sehr glänzt. So, wir haben jetzt hier unsere Standard-Map im Prinzip, unsere Farb-Map, unsere Normal-Map und unsere Ambient-Oculition. Die Height-Map ist, wie gesagt, absolut optional. Das gibt im Ganzen einen 3D-Effekt, aber verschwendet auch mehr Ressourcen von eurem Spiel nachher. Was wir jetzt machen werden, ist folgendes. Wir werden das rote Kästchen hier markieren, ziehen das jetzt raus und werden jetzt hier ein Kästchen, beziehungsweise suchen nach einem Kästchen namens Bump-Offset. Das werden wir jetzt hier im Prinzip ein bisschen besser hin- und herschieben. Wir verbinden das Ganze jetzt mit den UV-Maps der anderen Texturen. Jetzt wird noch ein Error angezeigt, das ist aber völlig wurscht. So, jetzt haben wir alle 3 Texturen mit diesem Bump-Offset und letztendlich der Height-Map verbunden, weil diese Höhenkarte für jegliche Texturen hier geht, sonst gibt es nämlich Fehler. Okay, jetzt brauchen wir noch eine Sache. Oh, ich habe das hier falsch gemacht, tut mir leid. Wir müssen diesen roten Kasten hier mit Height verbinden und nicht mit Coordinate. Und bei Coordinate machen wir jetzt Rechtsklick und sagen Prank links. So ist das gut. Okay, wir sehen jetzt schon, dass es sich hier, ich glaube, leicht verändert hat. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Um den Effekt besser sehen zu können, machen wir jetzt folgendes. Ihr haltet die 1 auf eurer Tastatur gedrückt und macht dann Linksklick. Das ergibt nämlich jetzt hier, oder ergibt generell eine Variable, beziehungsweise ein Value. Das verbinden wir mit dem Height-Ratio-Input. Sorry, ich bin gerade so dämlich, um das zu machen. So, und dem geben wir jetzt einen Wert, weil das steht jetzt auf 0. Das bedeutet, dass jetzt die Höhe des Materials auf 0 stehen soll. Das bedeutet, es passiert gar nichts. Wir stellen das jetzt mal auf eine relativ geringe Zahl wie 0,025. Und jetzt sollten wir gleich schon eine Änderung hier sehen. Und wenn wir jetzt keine Änderung sehen und wir sehen eben kaum eine, dann stellen wir das Ganze mal auf 1. Aber dann sollten wir wirklich eine Änderung sehen. Und ihr seht schon, dass das Material ganz komisch aussieht, irgendwie wie eine nasse Klarscheibe. Und deswegen gehen wir mal hier auf 0,03 zurück und gucken, wie es jetzt ausschaut. Es muss noch laden. So, und jetzt sehen wir schon, wie das schon etwas 3D-mäßiger ist. Aber um das letztendlich richtig gut sehen zu können, werden wir jetzt folgendes machen. Wir werden das Ganze zu einem 3D-Modell hinzufügen. So, wir klicken auf Speichern, das haben wir jetzt gemacht. Und jetzt hatten wir hier unser schönes 3D-Modell von unserem Torbogen des letzten Tutorials. Und jetzt tun wir einfach die Textur hier hinzufügen. Und jetzt habt ihr gleich eine wunderschöne Textur einfach hinzugefügt. Das lädt jetzt und hier haben wir es. Jetzt seht ihr schon, wie das 3D-mäßig ist, wie es Schatten hat und so weiter und so fort. Und es sieht auch viel schöner aus, muss man mal ganz klar sagen. Und wenn ich weiter weggehe, seht ihr hier so ein 3D-Effekt, als ob das hier so, ich sag mal, in der Mitte so einknickt. Das ist, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so genauso gut sehen könnt wie ich, aber es knickt in der Mitte ein. Und diesen Effekt könnten wir natürlich hier verstärken, indem wir einfach hier diesen Wert nochmal auf 4 setzen. Und auf Eingabetaste drücken. Und jetzt auf Speichern und dann tut er das direkt in-game auch ersetzen. Jetzt sagt er bei mir gerade Speichern, das könnt ihr jetzt gerade nicht sehen. Jetzt macht er das. Und ihr seht, das hat sich leicht verändert. Wenn ihr es nicht gesehen habt, spult nochmal zurück, aber das tut sich immer leicht verändern. Und das sieht, denke ich mal, richtig nice aus. Und das ist jetzt euer eigenes Material. Jetzt habt ihr hier so ein glänzendes Material, das ist natürlich auch nicht so schön. Da können wir jetzt zum Beispiel eine Spekulär-Map mit einem externen Programmer stellen. Oder wir halten wieder die 1 gedrückt und klicken einmal Linksklick drauf und verbinden das hier mit Spekulär und geben dem ganzen einen Spekulär-Wert von 0, ich würde mal sagen 0,1. Damit es eben wirklich kaum ein Spekulär-Map hat, also kaum glänzt. Dann klicken wir hier wieder auf Speichern. Das hängt manchmal wirklich oder es liegt vielleicht gerade auch mal an meinem PC, keine Ahnung. Und dann speichert ihr das Ganze wieder. Und jetzt seht ihr, dass es im Prinzip keinen Glanzeffekt mehr hat. Ihr könnt das natürlich einstellen, wie ihr wollt, mit dem Glanzeffekt. Aber insgesamt denke ich mal, dass das hier einfach ultra schön ist und auch wunderbar. Es gibt natürlich die Möglichkeit, das Ganze noch mit einer Tessellation zu machen. Also sprich, dass das hier nicht nur 3D-mäßig aussieht, sondern wirklich 3D-mäßig sich verändert, die Oberfläche. Das zieht viel mehr Ressourcen, aber das zeige ich euch mal in einem anderen Tutorial. Und damit würde ich sagen, haut rein Leute, bis zum nächsten Mal bei der Sky. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben und auch gerne ein Abo, um immer auf den aktuellsten Stand zu bleiben. Und bei Fragen, Anregungen oder auch Wünschen für neue Tutorials einfach mal in die Kommentare unten reinschreiben. Und damit würde ich sagen, haut rein Leute, bis zum nächsten Mal bei der Sky. Ciao, ciao!